Stich! Stich! Treffer! Ja! Störger! Ach, das ist das letzte Mal. Aber aus der Box darf es eigentlich nicht gehen. Ich habe Verletzungsbeginn da aufgegeben. Wirklich? 10.0 und dann kommt er rüber und lässt mich den Aufschwamm und sagt, 10.0 hat er wohl einen Schatten. Wenn ihr einen Schatten habt, das bleibt von dem Ring still. Ach, kommt, macht, macht. Die ganze Spiel, die hier. Das ist doch ein Spiel. Das ist doch ein Spiel. Ich habe keine ganze Ordnung. Also, ich fahre nicht mit mir an, gell? Du ziehst den Kötzern. Ich glaube, der letzte Anruf war auch nicht gleich. Schmarrer da. Mein Gefäß ist das so stark geworden. Schau, sonst waren die Leute, gell? Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist doch nicht so stark. Na ja, kommt, was ja teilweise in der Platte abkommt. Welche, ey. Na ja. Das ist halt schon was. Ja, das ist alles. Dann bin ich fertig mit dem Durchgeben. 2.0. Warte mal, bis der SC auch noch durch ist. Lass ihn auf. Ich mache später weiter. Lass ihn auf. Ja, ja. Ja, ja. Aber am besten die mit wieder verschließbaren. Ja. Okay, gut. Ja. Bist du ein und jetzt mal, das wird wieder dabei. 8.4. Hinsetzen oder rausgehen. Komm mal, jetzt heult euch nicht rum. 8.4. Geht doch nichts. Doch. 15 Punkte. 9.4. Bir-ki, oder sägert. 5.4. Leidankes effekt. 1.5. Lebhafter. Ja, das ist ja mal... Exakt. Warum denn? Das hat so gut gespielt. Der hat mich ja fast... 3.2 erster Groß von fünf. Und er geführt zwei 1. Gut gekämpft. Ich habe es mitbekommen. 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 Ich habe es mitbekommen.